Das letzte Abendmahl auf Holz mit Öl fertigte Ivan Mestrovich 1945, während seiner Emigrantenzeit in der Schweiz an, als auch seine Reliefs aus dem Zyklus das Leben Jesu entstanden sind. Die Komposition ist traditionell angefertigt. Die Oberfläche des Tisches ist parallel mit dem oberen und unteren Rand des Bildes aufgestellt und Jesus und seine Aposteln befinden sich um den Tisch. Spezifisch ist die Auseinandersetzung des Künstlers Mestrovichs mit den Figuren. Aus der fast monochromen Pastellunterlage kommen ausgesprochen dramatische Gesichter hervor, dessen Geste am Rande der groteske ist, ähnlich wie beim Stummfilm. Wenn man sich das Bild betrachtet, kann man sich leicht eine aufregende Atmosphäre um den Tisch vorstellen, im Gegensatz zum Werk des Künstlers Leonardo da Vinci, der ein ruhiges Abendmahl anfertigte. Gefühlsmäßig sehr erregte Emotionen sieht man auf allen Gesichten, auch auf dem Gesicht Jesu. Verwunderung, Ärger, Unmut und Trauer erfasst man bei den Aposteln, dessen Gesichter zu den Rezipienten gedreht sind, während man bei den anderen Aposteln nach der Stellung der Körper dem gebückten Rücken und den gebeugten Schultern den psychischen Zustand erkennt. Der Jünger Johannes fällt Jesus in den Arm und Gottes qualvolle Besonnenheit bemüht sich, die Freunde zu beruhigen. Das letzte Abendmahl von Ivan Mestrovich ist eine Interpretation der dramatischen Auseinandersetzung des Männlichen und des Göttlichen.